Eintracht-Mission, die Unbesiegbaren besiegen Eintracht Frankfurt hat genug von der Serie von Bayer Leverkosen und will dem deutschen Polier selbige erste Kapitulation der Saison zufügen. Wie dasjenige gehen soll? Trainer Dino Topmöller gibt den Geheimnis Krämer. Exakt 47 Zeichen haben mit höherer Wahrscheinlichkeit oder minder bedeutend gute Mannschaften in den vergangenen Wochen und Monaten versucht, Bayer Leverkusen zu schlagen. Exakt 47 Zeichen sind eben jene Versuche bislang gescheitert. Der deutsche Polier, der sich anschickt, eine perfekte Saison zu spielen und an dem Abbruch drei Amtstitel zu gewinnen, scheint in dieser Spielzeit umstandslos unschlagbar zu sein. 22 Männer jagen jenseits 90 Minuten den Ball und an dem Abbruch gewinnt immer Bayer Leverkusen. Doch hierbei soll jetzt Beendigung sein. Denn Eintracht Frankfurt hat sich stahlhart vorgenommen, eben jene fast nur unheimliche, und in der europäischen Fußballgeschichte einmalige, Serie der Werks-Elf an dem Sonntag, 17.30 Uhr, zu beenden. Es ist ein großer Anreiz, selbige erste Mannschaft zu sein, selbige Leverkusen schlägt. Faste Träne Dino Topmöller dasjenige Frankfurter Vorhaben zusammen. Das ist für unsere junge Mannschaft eine riesige Challenge. Die große Anfragestellung allerdings, wie soll dasjenige gehen? So wie auch selbige Bayern, Dortmund oder erst an dem Donnerstag selbige AS Rom erbärmlich an dieser Amt scheiterten? Klingt hinter einer diplomatischen Vertretung impossible. Eine wirkliche Lösung, so ist dasjenige hier mal in dem heutigen und stets sehr geheimnisvollen Fußballgeschäft. Konnte wenn schon Eintracht Coach Topmöller an dem Freitag nicht präsentieren. Nun ist es nicht so, dass der stets bestens vorbereitete 43-Jährige keine Vorstellung hätte. Topmöller ließ sich auf der Pressekonferenz aber umstandslos nicht in selbige Karten blicken. Das werde ich jetzt zu dieser Gelegenheit nicht ausführen. Hierbei kann sich der Gegner ja von hoher Kunstfertigkeit vorbereiten. Antwortete er auf selbige Anfragestellung hinter der Frankfurter Herangehensweise. Topmöller hob hierbei wohl heraus, dass gegen selbige Übermannschaft dieser Saison maximale Disziplin in dem Defensivverhalten obligat werde. Angesichts der Ambition in der Offensive der Werkself, selbige Topmöller mit mindestens einem echten Mittelstürmer erwartet. Ist dasjenige hier aber keine allzu brisante Neuigkeit. Die Eintracht wird in der Abwehr, selbige am Ende immer zum wiederholten Male sehr fehlerbehaftet war. An selbige Top-Leistungen der Hinrunde andocken und vorn selbige wenigen Entwicklungsmöglichkeiten nutzen sollen. So umstandslos und so kompliziert nebenher kann Fußball sein. Ob selbige Hessen am Werk denn beispielsweise in dem furiosen Heimspiel gegen den FC Bayern, 5 zu 1, Ihr Erfolg in dem eigenen Ballbesitz ausforschen werden oder erst mal abwartend agieren. Wir sollen einen guten Mischung finden und hierbei sehen, denn selbige Dynamik des Spiels ist. Alles ist somit möglich. Verriet Topmöller-Dito nicht. Deutlich minder bedeutend Fragezeichen gibt es derweil bei dem Personal. Da in der Trainingswoche so lange bis auf Youngster in N.A.M.D. Collins keine Verletzten oder Angeschlagenen hinzugekommen sind, kann Topmöller aus dem vollen Löffeln und selbige beste Elf aufbieten. Heißt, in der Gegenwehr sind Abwehrchef Robin Koch, William Pacho und Tutor gesetzt. Auf den Außen haben aufgrund ihrer Flinkheit zwar Nils Enko und Kau und Junior Dina Ebe im beselbige Keil vorn. Für selbige Tore zu tun seien noch einmal Oma Mamoush und Hugo Ikitike in einer gemeinsamen Anstrengung sorgen. Auch wir haben unsere Waffen, so Topmöller.